hallo leute willkommen in let's play nummer 19 mit dem schroby also mir und ich also ich das bin ich und ich spiele wieder der action hank ja das ist ja da der grinst immer schön aber das mein gott ja letztes mal haben wir entdeckt dass wir ja das ist ja der bonuslevel gibt sie so zum freischalten sind ja jetzt haben wir noch kurz hier auf dem bereich in den ersten diesen bonuslevel freigeschaltet der probiert den erst mal beim letzten ein bisschen verzweifelt das war wieder ein bisschen ja wie wir ein schönes kostüm ja das wird auch schon wieder zu das ist jetzt wahrscheinlich in zwei sekunden geschafft ja das ist halt wieder so zeug das macht mir persönlich keinen spaß jetzt schau ich hier noch mal klassik wo ich da vielleicht hier noch ich komme auf ja 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 Was habe ich denn da im Unterster der Golfgeist gewesen? Ach komm, jetzt gehen wir auch auf die Nerven hier, wenn man dann mit der A-Taste, wo man immer weiterkommt, auf einmal wieder zurückkommt. Hä? Der, der oben überholt der mich? Was ist da oben? Ja, jetzt ja. Ja, da muss ich bei mir kommen. Wieso nicht? Jetzt hab ich das nicht mal mehr hoch, oder was? Komm schon. Komm schon. Na trotzdem, da war es auch Oberscheiße eigentlich. Es geht viel besser. Schauen wir es doch mal. Ich zeige ich die Regenbogenzeit rein? aber ich war jetzt teilweise schneller ich habe einen Kijkistan ich habe einen Kijkistan es ist schon ich darf da nicht neuer persönliche bestzeit aber das klingt mir auch nix das ist alter, sieh am anfang am anfang bin ich wirklich nicht schlecht, da bin ich so da vorne ja wenn ich da hoch mache ich darf da nicht an, ich will später springen alter, wie schafft ihr das dann so schnell das ist mir so ärgerlich dann wenn du eigentlich ich da nicht mehr so weit ist nix und bin ich jetzt da schon wieder nicht schneller die ganze zeit war ich schneller ja 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 Das ist so nervig, Alter. Ich glaube, es geht mal mehr da hoch. Das ist immer so lächerlich, finde ich. Du hast es hunderttausendmal geschafft, da hoch zu gehen, ohne Probleme. Und dann nach 20 Versuchen auf einmal will er wieder nicht. Ja, bringt nichts. Ich probiere ein anderes Level. Das ist mir einfach, das ist das Problem. Und ich bin mir jetzt einfach zu frustrierend, weil du permanent nur am Scheitern bist. Und immer wieder von vorne, immer wieder von vorne. Das ist ganz lustig, wenn du halt dann irgendwie nach 3, 4 Versuchen einmal das auch geschafft hast. Aber wenn du dann 20 Versuche machen musst, und das hast du immer noch nicht hast. Und immer noch keinen merkbaren Fortschritt machst. Das ist ja das. Jetzt hatte ich doch hier irgendwo was. Das ist nicht hier. Party Hardie. Nein, das war nicht hier. Das war doch hier. Hot Feed. ! Chapter 1 Warnt. 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 er musste wirklich immer gucken da ist er musste vorher springen ich wirklich oberkrass krass 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 ich probiere jetzt hier noch ein paar goldzeiten zu holen ich habe noch eine goldzeiten ich habe noch eine goldzeiten ich habe noch eine goldzeiten ich schaue nicht mehr auf den ich bin relativ früh ja 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 wie macht er das? wie macht er das? dann schaff nicht mal auf die Brücke da drauf ja solange ich das nicht auf das Ding da drauf schaff, kann ich das eh vergessen ja warum ist er das so schnell? ich verstehe es halt auch teilweise einfach nicht wahrscheinlich rutscht er auch wie er dann einfach nach dem springen ist er einfach deutlich schneller ja ich muss jetzt mal schauen wie lange er rutscht er rutscht ab hier und dann springt er schon hier nach diesem wahrscheinlich wahrscheinlich ja da muss ich früher springen ja 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 Das ist gar leicht, wenn man freut sich, wenn man das so überlegt. Dann probieren wir es hier nochmal. Dann probieren wir es hier. ok 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 I ain't got this, this is... You have to do it for the first time. I think now. Ready, go! Ready, go! Again! Ready, go! Ready, go! Ready, go! Keep it going! Ready, go! Ja, wäre auch Gold. Auch wenn es scheiße war eigentlich. Na ja, haben wir das auch. Ja, bei ein paar haben wir jetzt immer Gold. Na ja. Gut, aber das war's jetzt für dieses Let's Play, Leute. Das war Let's Play Nummer 19, ne? Dann verabschiede ich mich und danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut euch am 20. Let's Play auch rein. Bye, bye, Leute!